Was geht Boys und Girls? Hallöchen Brubböchen, na? Ja Boys, es ist natürlich wieder Zeit in New Weekend League reinzugehen. Ich habe es nicht geschafft die Quali zu spielen. Ich hatte Pasi für mich übernommen, weil ich habe es die Woche einfach nicht geschafft. Ich konnte nicht zocken, ich hatte keine Power. Ich lag ja die ganze Zeit nur im Bett und dann hat der Pasi für mich gespielt. Also nochmal Pasi-Fingerschwinger. Kuss geht raus. Ich habe eine Woche kein FIFA gespielt und es geht direkt rein in Food Champions. Okidoki, dann sind wir ready for Take-Off. Ah Digga, direkt ein Schwitzer als erster Gegner. Alter. Lass mich doch erstmal reinkommen EA Sports. Und hoch. Was spielt der? Sehr tief zurückfallen lassen oder wie nennt sich die neue Spielart? Oh Gott. Oh Scheiße. Du Deck. Hä? Er kommt nicht raus. Hey! Mein Torwart ist gefreezed. Habt ihr das gesehen? Mein Torwart ist einfach gefreezed, Digga. Ich habe reinkedrückt. Er ist einfach gefreezed. Da bist du doch. Da bist du doch. Der ist der Mann, der am meisten Action macht auf dem Platz. Und da ist er. Da ist er. Da ist er. Nein. 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 Ich bin ein Nichtsnutz. Und ich habe es noch verteidigt und du schenkst mir trotzdem das Tor. Nein. Boah. Ich habe noch viel gedrückt, dass du grätschst, Muckijehne. Ja, mein Ronaldo da ist. Der macht die Buden, Digga. Ah ja, klar, Digga. Digga, das ist doch nichts. Halt. Halt. Hab ich noch einen Kopf vor. Ich habe mich wieder vor. Das gibt es doch nicht, Digga. Der dreht sich wie ein Panzer im Straftraum der Dembélé da gerade. Und Ronaldo direkt hinterher. Was ist denn mit den Servern los? Das ist wirklich Hardcore. Super. Ja, super. Jawohl. Voll. Voll. Let's go. Aber wie es selbst geleckt hat nach dem Elfer wieder. Das macht doch keinen Spaß, so Digga. Es leckt einfach, nachdem der Elfer fertig ist und die Spieler anfangen wollen zu rennen. Also ich hoffe nicht, dass die Server alle so sind. Ich habe bei Broski in der Story schon gesehen, dass die Katastrophe sein sollen. Machbar aus, aber wer weiß, ne? Vielleicht sind es auch die Server und Delay, aber so wie sich die Spieler bewegen, die Laufwege und sowas, damit komme ich noch nicht so ganz zurecht. Hat Ronaldo die letzten vier Treffer für das Team gemacht? Ja, ne? Ach, so ein paar. Guter Einwurf, Digga. Stabil, Mofrer. Gib doch ein, was ist denn das für eine Verteidigungsarbeit? Hä? Zu spät, wieder gepasst. Der steht wieder im Abseits. Was? Hä, okay. Warum, Digga? War das nicht Abseits? Mann! Bist du doch Cristiano Ronaldo, das hat so wehro. Na, ich werde jetzt auf jeden Fall weiterspielen, weil wir müssen Spiele fertig machen, sonst müssen wir morgen 20 machen. Aber das ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Mit 14 immer noch Kacke in FIFA. Immer noch Kacke in FIFA, mit 4, mit 8, 2, 1. Oh, super Gegner zum Starten, Digga. Feier ich. Da habe ich richtig Bock drauf. Ah, das ist schon wieder so ein LKW-Simulator. Boah, es ist so schwerfällig, Digga. Als ob der Controller alt wäre und nicht mehr so richtig funktionieren würde. Das ist, so kann man es, glaube ich, dieses Gefühl immer ganz gut beschreiben. Ich glaube, irgendwie ist es doch auch ein bisschen das Team. Es sind nicht nur die Server. Das Team läuft doch einfach nicht rund. So von den Workrates, von den einzelnen Spielern oder sowas. Keine Ahnung, ob es damit was zu tun hat, wahrscheinlich schon. Aber es geht einfach. Es sind einfach gar keine Anspielstationen. Die Spieler harmonieren nicht. Ah, guck mal, hier läuft wirklich gar nichts rund, Digga. Oh mein Gott. Digga, die Server. Bruder. EA. Schämt ihr euch wenigstens ein bisschen, oder was? Wer hat denn einen Chat geschrieben? Das ist alles krass. Quatsch. Digga, plötzlich. Der Song bewegt sich wie ein Krampf. Reinhard, Spaß, Alter. Muss aber auch ankommen. Ich habe den Stick zweimal nach hinten gedrückt, mein Bester. Early Christmas. Present my brother. So. Dann haben wir den Win auch in Detach drin. War aber auch wieder mehr Krampf. Noch der Billy. More Meister. I'll fit by the year. And then to the moment. Okay, boys. Gehen wir rein ins nächste Game. Mal gucken, wie scheiße es laufen wird, oder? Ui. Ui. Okay, let's go. Upside. Kein Upside. Der stand im Upside. I swear. Yes. Dies ist even better, mein Bruder. I told you guys. Mané won't miss from there. I swear I'm gonna smash my monitor. Mané, erstes Spiel, der gar ganz casual trifft, auch mal direkt. Ich nenne meinen Sohn Zidane und mit Vor-Nachnamen Zinudin, baby. Ja, lol. Ja, nimm mich mit, Digga. Nimm mich mit. I like this. What is this? It's funktioniert doch, Italiano. E mangiare, fratello, pepperoni, pizza, pasta, amore, mafagullo. Si, claro, senor. Schlösschen. Richtig und richtig. Es ist wieder Zidane, Tommy. Es ist wieder Mr. Gamechanger Zidane, der die Torvorlage macht. Der Mann, da hat sich halt... Das ist okay. Der ackert bis zu siebzigsten so viel, dass er raus darf. Das ist der springende Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Quatsch, Schiedsrichter, das ist einfach... Ich krieg vorhin nicht den Freistoß dafür, obwohl er mich einfach umhaut. Und das ist jetzt ein Elfer. Also, so finde ich, bin ich jetzt... Muss nicht sein, so ein Elfer einfach. Muss nicht sein. Aber Cristiano Ronaldo hat den Fuß, um das einfach zu beenden. Puhu. Passi, Ben steht 6-1. Ja, weißt du, wir wissen beide, worin das enden wird, Digga. Alwadi 26. Okay, my brother. Let's go. Super Verteidigungsspiel auf jeden Fall, Männer in der Mitte, Damen. Deck nur den Raum und nicht den Mann. Finde ich super. Finde ich klasse. Okay. Haben einen Brief aus der Nachbarschaft bekommen, dass man lieber gesunde Sachen verteilen soll. Alter. Alter, das ist... Da krieg ich wirklich Krämpfe, ne? Beim besten Willen. Es ist Halloween. Dann lass den Leuten doch mal ein bisschen den Spaß. Dann sagen die, verteid lieber gesunde Sachgeistern, Süßigkeiten. Leute, es ist Halloween, Mann. Die Kinder lieben das, weil sie Süßigkeiten kriegen. Denkst du, die würden rumlaufen, wenn sie Lauchgemüse kriegen? Hier hast du eine Paprika. Frisch aus unserem eigenen Garten. Hm. Eine Karotte. Frisch aus Flairs Arsch. Was ist das, Digga? Natürlich ist es geil, weil es Süßigkeiten gibt. Es ist genauso wie hier diese Heilige Drei Könige. Du machst es, weil du Kohle kriegst und Süßigkeiten. Fertig. Also ich meine, die Kohle geht ja, glaube ich, an die Kirche, ne? Die Süßigkeiten kriegen die Kinder. Go. Süß. Da dachte ich, ich ziehe nach innen. Ich wollte auch nach innen ziehen, aber der Trick hat nicht geklappt. Und deswegen war der Trick umso besser, muss ich mir merken. Oh, oh. Wir müssen. Hat die Ballrolle nicht gemacht. Ihm ist einfach der Ball versprungen, Digga. Ich hab so auf die Ballrolle geschwitzt, Digga. Und ihm verspringt einfach der Ball kurz vorher. Was passt? Hilfe. Muchacho. Und es ist wieder Bernardo Silva, Mon Amor, weil Ronaldo wieder Einsatz zeigt. In vier Wänden, Malacca. Uh. Du spielst wie einige Teilnehmer bei mir rappen. Wie ich brutal. Hey. Wenn dein Schädel in deinem Kopf drin ist, dann hast du einen Kopf in deinem Schädel. Einmal so viele Spiele vor uns. Und jetzt kommen erst gleich die schweren. Jetzt kommen, jetzt kommen so Spiele, die wir alle hintereinander verlieren werden, Freunde. Es ist immer das Gleiche. Wir haben jetzt Samstag erst die ersten Spiele gemacht. Da, da ist es immer einfacher. Aber, ja komm, gleich fängt erst die Herausforderung an. Machen wir's. Aha. Ja, nicht fair, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Nicht fair. Nicht fair. Kein grausgespielter Elfadel verdient wäre. Digga, es ist so Kotztore. Es tut mir so leid. Es sind so Kotztore. So ein Quatschtor, Digga. Ja, egal. Digga, wieso kann ich kein Roulette mehr machen? Bin ich zu gelähmt dafür? Tor. Sehr schön. Es ist wieder Zidane, Baby. Es ist wieder Zidane, Baby. Es ist nicht dein Ernst, FIFA. Zidane ist es einfach, Digga. Wow. Wow. Der haut die Buden da so trocken. Digga, das ist halt... Der Mann hat einfach das Spiel gehackt. Der Mann hat einfach das Spiel gehackt. FIFA 13, Taggut, Digga. FIFA 13. Katastrophe, diese Server. Ich hab keine Ahnung, wie wir 8-1 stehen. Es wird auch nicht mehr lange so bleiben. Aber wisst ihr, was bleibt? Ist, dass ich Durst habe. Deswegen bin ich gleich wieder da, Jungs. Ich hab mir die Jordan-Doku angeguckt, Freunde. Und ich hab jetzt wieder voll Bock bekommen auf Basketball. Es gibt hier so Freizeit manchmal, wo man Basketball spielen kann. Das ist schon echt geil. Da hab ich echt Bock drauf. Ich bin echt nicht gut wahrscheinlich, aber ich feier's einfach. Okay. Mir wird jetzt schon ein... Du hast einen Arschloch, Digga. Drink Water. Drink less Water. Drink Bier, mein Bruder. Too easy, mein Bruder. Too fucking easy, mein Bruder. Super, also wirklich. Ballrolle und dann... Und dann La Croquetta. Das zeigt eigentlich, dass das Spiel nicht verstanden hat, dass ich direkt am Anfang L1 gedrückt habe. Sondern erst eine Ballrolle noch hingefetzt hat. Das ist wirklich ein... Das ist ein Zeichen für grandiose Verbindung. Es ist so allgegenwärtig. Perfekt, aus einem Roulette und Elastiker und Roulette. Das ist so allgegenwärtig. Ey, Mann! Boah, den Belediger! So. Wir haben jetzt noch 6 Spiele. Von diesen 6 Spielen müssen wir erstmal ein Spiel gewinnen, Jungs. Uno Game für Rang 2. Wie jede Woche haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen, aber wir hatten doch echt leichte Gegner. Aber die Connection war schmutz. Wenn wir von diesen 6 Games aber 5 gewinnen, dann hätten wir noch die Chance auf Rang 1. Aber das ist absolut impossible. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Oh, nein. Aber ich bin jetzt immer ready. Digga, warum klingelt mein Wecker? Mann, hat mich das gerade aus dem Konzept gebracht. Was soll das? Ich hab den Vibe, Bruder. Was ist dein Problem? Es ist wieder Noob FIFA. Das ist einfach ein Noob Gameplay des Jahres. Hätte er den nicht reingemacht, ey, dann hätte er mir richtig einen auf den Deckel gekriegt. Wichtig denn, Billy, Baby! Wichtig und richtig mein bester, mein Nutzer, mein allerliebster, schönster, tollster. Christmas Present. Christmas Present. Christmas Present. Christmas Present. Christmas Present! Guys, just grab the present and leave the fucking bitch. It's a fucking present! Geht der raus? Ja, oder? Zwölf Siege, Baby! Wir haben das erste Mal jetzt die zwölf Wins wirklich locker flockig erreicht, ne? Jetzt müssen wir alles geben. Ganz ehrlich. Wofür sind wir sonst hier? Wunderschön gerade draußen. Wow, kommt da eine Ladung raus. Ah, Champagner. Amahin, nana. Sag du, one yama. Digga, es sieht einfach aus wie sonst was für ein Zeugs, ne? So hell wie das ist. So blau wie das leuchtet. El Phenomeno! Oh, nee. Der hat schon im ZM direkt wieder rot. Ach, der hat hier Dingsbots, ne? You can do this, Benji! Wie langsam Ronaldo gerade Roulette gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Der hat sich gedreht wie ein Rentner, Digga. Macht er gut. Macht er gut. Macht er gut. Och, kommt schon, Digga. Wie steht der da so frei? Wie? Komplett alleine frei. So viele Verteidiger. Aber keiner juckt sich für den... Da da vorne. Voll Idioten-Spiel. Kann der da den Spieler auf die Brust schießen, Digga? Das ist ein Torschuss. Und der nimmt ihn mit der Brust an. Bruder, hast du irgendwie im Kindergarten Glasknochen gehabt? Zu wilden Freistehen, Digga. Brauchst keine, brauchst keine, brauchst keine guten Spieler. Selbst 83er-Karten stellen sich perfekt frei. Dass du nix tun kannst. Es ist gar nicht Pay-to-Win, Digga. Die guten Karten, die du ziehen kannst, wenn du Geld reingehst, es ist nur Kosmetik. Guck mal, die Verteidiger stehen wieder allein am Strafraumrad, weil ihre Mutter sie da abgelassen hat. Warum? 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 Da steht einfach keiner. Kann da keiner stehen, Digga? Oh, Bruder. Ey, wirklich. Ich hasse euch so sehr. Der Gegner ist ein guter Spieler, wirklich. Es ist okay, gegen ihn zu verlieren. Aber bei solchen Spielen regen dich halt diese Kleinigkeiten. Boah! Ja! Ja! Holt die Sense und den Mann dazu. Ich bin bereit. Oh, Brünchen, extra Spielzeit. Halt deine Fresse! Ich riefe es nicht mal, dass der ihn hüfthoch wegfällt aus dem Laden, Digga! Ich will das Koffen. Wir sind einen Monat in FIFA drin. Und die Leute haben schon keinen Respekt mehr vor Chemie, ne? Jedes Team spielt wie der Spieler auch kennt. Juck, die Leute. Was sagt ihr, wer gewinnt hier? Wer gewinnt? Wer holt den Win, Jungs? Auf geht's, Zidane. Auf Kante. Super Stürmer übrigens. Super Stürmer, dieser Kante da vorne. Glaubt mir noch jemand, dass dieses Spiel eigentlich eventuell einen kleinen Schaden hat? Stellt euch mal vor, der Gegner spielt gerade wirklich. Nee, aber das ist, glaube ich, CPU gegen CPU einfach. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen, oder? Das ist doch ein Sieg jetzt für mich, oder? Das ist doch ein Sieg finden. Stellt euch mal vor, stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, es steht jetzt 1-0 und ich drücke jetzt X und ich kriege den Sieg. Nö, ist immer noch alles beim Alpen. Cool, 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 cool. Die Leute, die uns auslachen, dass wir das Spiel jedes Jahr aufs Neue spielen, obwohl es immer das Gleiche ist, die sind einfach immer im Recht. Die, die sagen, ey, ihr seid so blöd, ihr kauft das Spiel immer wieder, obwohl es jedes Jahr das Gleiche rauskommt. Die haben einfach alle absolut Recht. Sehen meine Freunde auf der Feldkirche, ich bin ins Partyland, dort bin ich überall bekannt. Partyhard, Partyhard, ich mach mir ne Schnitte. Partyhard, Partyhard, ich möchte es bitte. So, rein in die Krankheitsliga. Penalti-Referee. Lucky me. Ist das jetzt, oder? So, ne, okay, tschuldig. Okay, jetzt, okay, konzentriere dich. Es wird wieder interessant grad mit den Pässen. Es wird grad schon wieder höchst interessant. Höchst interessant! Kann man so schlecht sein, Digga. Digga, der dreht sich, als ob er nen 60 Zentimeter Schwanz hat. Hat der auch, ne, der will ja nen kleinen Piddy, Mann. 100 Prozent. So ein Kofi, das ist toll. Das ist toll, das ist toll, das ist nur passiert, weil da im Mittelfeld Scheiße passiert ist. Lass dich niemals ins Loch schubsen, Dennis. Denk immer an Regelnummern. Was geht denn hier? Was soll denn der Scheiß, EA? Denk an die goldene Regel. Kante schießt ihn mit. Jeewe. Digga. Es sind Robertson und Kante, die mir die Buden, Digga. Dieses Spiel ist vom Teufel gebt worden. Digga, es sind halt einfach, dass es auch Robertson und Kante sind, die mir die Buden am Ende reinrücken. Es ist, es ist nicht, es ist, es ist nicht, 70 Schuss. Ey, ihr Sports, Alter. Was ist denn los mit euch, Digga? Hat der zu viel Schuss? Es ist vorbei. Es ist wirklich, ich kratze ab. Ich kratze ab, Digga. Ich kratze so ab. Halt deine Fresse. 2022 und ich bin, ich, ich hab Gedanken, Controller in meinen Arsch zu schieben, Digga. Was mir vielleicht mehr Spaß macht. Oder warum passiert es? Warum passiert es jedes Mal, wenn ich die Wins verschenken will und nicht... Woher? Jedes Mal. Es ist... Ich hab noch nie einen Win normal geschenkt gekriegt. Aber wenn ich sie verschenken will, dann... Ich bin am, ich bin am Limit. Ich bin am Ende meiner Kräfte, Jungs. Ich brauch irgendein Spiel zum Runterkommen gleich. Ich brauch irgendein Spiel zum Runterkommen gleich. Kante würde ich auf jeden Fall machen, die SPC. Das ist ein super Goalscorer. Das könnt ihr... Das könnt ihr... Das könnt ihr offiziell nicht ernst meinen, Digga. Ich kämpfe mir meinen verf***ten Sch*****s Arsch ab. Für diese verf***ten Siege, Digga. Ich bin am Ende, Digga. Ich bin so am Ende, Digga. Ich bin ein Trümmerhaufen, Digga. Ich bin ein Trümmerhaufen. 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 Cool, cool, yeah, cool, cool, wenn ich eine Sache zu diesem Team sagen kann, dann stellt den Mann in den Sturm rein, ganz, ganz wichtig, und den hier, und sonst so?